Hallo und Servus zusammen, mein Name ist Florian Koniecco. Wir sind hier auf der Eurobike 2018, die etwas früh in dem Jahr ist, aber dennoch wir hier am Raceface Stand euch einige Neuigkeiten zeigen können. In diesem Falle eben die Softgoods, was ihr auf dem Trail einfach mega gut ausschauen könnt. Bei den Handschuhen haben wir neue Ruxton Klamotten bzw. Ruxton Handschuhe mit einem Padding hier oben drauf, dass wenn ihr z.B. in einem Atlas Bar mit 820mm nicht mehr ganz die Kurve kriegt, bei einem Baum vorbeischrappt und auf der Seite den ein bisschen mitschnimmt, habt ihr hier einen Schutz mit dabei, der das Ganze einfach absorbiert und in dem Fall euch eure Knöchel entsprechend gut ausschauen lässt, auch danach noch an der Bar oder beim Feiern oder bei der Freundin oder wo auch immer. Des Weiteren haben wir eine komplett neue Kollektion, was Regenklamotten angeht, was Windbreaker angeht, Softgel wie Regenjacken. Absolut, schweißabsorbierende Trikots etc. Einfach mal auf Raceface.com schauen, da findet ihr alle möglichen Neuigkeiten zum Ende des Jahres. Des Weiteren haben wir hier hinter mir die neuen Ruxton Klamotten, was ein Mix aus der alten Ambush und der aktuellen Ruxton Downhill Hose ist. Perfekte Belüftung, super Tragerkomfort, maximale Robustheit und dennoch einfach geil ausschauen. In dem Sinne, checkt das out. Viel Spaß beim nächsten Trail Riding. Bis bald, euer Flo. Ciao, ciao.